So Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part. Schauen wir das mal, jetzt den Anzug zerstören. Weiß es sich natürlich ausgeht, aber naja weiß es, es funktioniert jetzt ähnlich, so wie man es geplant hat. Du bist hier endlich los. Ja. Mein Held. Harry. Wir müssen ihn vernichten. Er ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass du dich verlierst. So wie ich. Pete. Bitte. Du verstehst nicht. Connors sagte, es ist... Ich hab dich gerettet. Und mich rettest du nicht. Willst du, dass ich sterbe? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wichtig. Es wird noch mal nicht sein. Das ist nicht richtig, man. Harry, PC. Oh Gott. Okay. Boah, scheiße, Alter. Man spielt aber nur länger, oder? Loll, doch. Hm. Was? Ha. Hm. Hm. Ach du Scheiß, Alter. Hm. Oh shit. 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 Eingreifen, werfen. Oh shit. Huh. Okay. Großer Satz. there gehts. Ich dachte schon, das geht so aus, dass der da rein geht. Ich hätte dich nie in seine Nähe lassen sollen. Das ist alles meine Schuld, okay? Nicht deine. Nicht deine. Ich habe ihn im Visier. Oh, shit, Alter, Alter. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist er dran. Ja, aber eigentlich ist er ja noch human, Alter. Da wäre er raus. Ja, da spricht das. Ich bin gespannt, ob dann... ...ein eigenes Venom-Game wieder rauskommt. Weil das letzte, was wir gehabt haben, war dieser Ewigkeiten aus. Alter, der ist dann noch lieb, ne? Hör'n, ich leh' dich an! Stopp! Da draußen werden sie nicht helfen! Ich kann dich nicht auch noch verlieren! Ha! Ja, was soll ich machen? Hör'n, ich leh' dich an! Stopp! Da draußen werden sie nicht helfen! Ich kann dich nicht auch noch verlieren! Oh shit! Ja, realspawn! Das ist schon alles! Oder hast du noch mehr? Ja! Ja! Oh shit! Ja! Zurka sind alle her! Was für eine Kraft. Ist das die Spinne? Nein. Etwas anderes. Etwas. Wenn. Die Klinge bringt nichts, wenn du sie nicht benutzt. Auf ihn. Auf ihn. Stellt euch das an. Nicht eine Spur von Angst. Und tschüss. Kein Grund zu fliehen. Es fliegt sehr gerne. Okay. Wo geht sie weiter? Zeig uns, was du kannst. Ich habe den großen Pakt, jetzt wäre es im Spielzeug, Mann. Praven. Okay. Das war's für heute. Ich kann eigentlich nicht blocken. Ich bin von einem perfekten Tod in Blut und Feuer gestreut. Wirst du ihn mir geben? Du hast unser Werk zerstört. Freunde verletzt. Dann komm. Weide die. In deiner Rache an meinem Fleisch. Das ist meine letzte Jagdzeit. Das Ende aller Dinge. Die Spinne war unbefriedigend. Aber du... Craven, wo bist du, Mann? Na, weim noch. Gebe es doch nur mehr von deiner Sorte. Was bringt er das, Alter? Ah, mein selber blind, total. Also er schneidet aber die Zunge ab, Mann. Du willst meine letzte Jagd und ich deine Erste. Ja. Zeigen wir der Welt, was der Tod bedeutet. Du willst Tod, dann geh auf. Er will, dass er meiner würdig ist. Weißt du, wie es ist, wenn der eigene Körper einen verrät? Ich werde nicht der Schwäche erliegen. Wenn ich bald sterbe, dann mit Gebrüßt! Okay. Ich glaube, ich habe eine Leading mit der Nette. Hm. Das klingt ja nett zusammen. What? Oh shit, Alter. Ja, der hat den Kopf abgebüssen, Mann. Ja, sagt, Wettem. Okay, Lass. Krass, Alter. Aber Venom ist eigentlich kein Schurke, er ist ein Anti-Held. Was habe ich getan? Hab keine Angst, Schatz. Du besitzt endlich die Macht, zu tun, was wir immer wollten. Wir führten die Welt heilen. Wie? Ich zeige es dir. Ja, der spielt ja noch in seinem Kopf ab, oder? Ja, der wird nicht tief, Alter. Und was ist das für eine Heilung? Wir werden alle heilen. Wirklich alle. Okay. Was hast du getan? Wir sind gewühlt. Soll ich dich da draußen finden? Die EMS-Ausweise können hochfrequenz. Wenn Harry seinen Ausweis bei sich hat, kann ich ihn mit Satellitenschüsseln aufspüren. Bitte hab noch den Ausweis. Gut. Dort ist ein starkes Signal. Ich muss weiter. Und da geht es damit nichts mehr weiter. Und da geht es damit nichts mehr weiter. Und da geht es damit. Meine klar ist waiting.